Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge METRO 2023. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah ja, ich hab vergessen. Hallo, meine exklusiven Freunde. Hä? Egal, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich mich so anmoderieren will. Naja. Man kann nicht auf Anhieb erwarten, dass du gleich alles kannst. Ah, scheiße! Was? Ah. Oh, Mistfiecher, 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 Mistfiecher. Ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse euch, ich mag es nicht, ich mag es nicht, ich mag es nicht. Oh, Schlüssel. Verdammt, dieser unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Geh in dir. Konzentrieren. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Wir nennen das eine Anoment. Ali, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Psst. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise an. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ich suche mir immer ein besseres Blickfeld von den Sachen, die ich am Abend bin, zu machen. Manchmal gelingt es mir aber nicht. Vorsichtig. Scherps. Der luscht den Kopf raus. Zerfettung, Mord, Totschlag. Ist ordentlich in der Schlacht passiert. Ja, scheiße. Achtung, die Viecher kommen zurück. Brennt, ihr Mistviecher. Brennt. Brennt. Oh Gott. Etetetetetet. So. Renate. Renate. Immer bewegen bleiben, immer bewegen bleiben. Vergiss ich immer wieder. Nicht in der Ecke stehble. Nicht in der Ecke stehble. Stiland, nicht feindlich. Mono Monster. Heftig. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Bitte einfach schwindet, ey. Ich weiß die Tunnel. Kannst du eigentlich sagen, wieso denn, ist ja das toll und so. Ja, ja. Dann sprich mich durch. Für Fernseh und hier unerfahren und alles. Also unerfahren hier, dass ich nicht weiß, was da noch kommt, was da noch kommt. Ich weiss vieles nicht, bei ein paar Stellen. Aufsetzen. Zurücklehnen und die Fahrt geniessen. Ist was? Licht aus. Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können wir befreien. Kahn führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Oder? Kahn, hierher! Noch ein Angriff? Ja. Sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel. Und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps. Bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel wie du kannst. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon wieder durchgezogen! Aber ich bin noch nie. Ich bin schon wieder mitgeauthorgerät. Ja. Ich bin schon noch ein paar Prengten. Ich bin schon noch ein paar Preen, den Sie in den Häuschen zu machen. Und hier? Ja, ist er der Verständnis? Ist er der Verständnis? Hilfe, Hilfe, Hilfe Ist er eingestürzt? Tatsache So, dann wollen wir doch mal gucken Geht Ich weiß nicht, ich sei das Ja Headshot Bitch Sechs Schuss, ey Frisse Ich hasse diese Scheiß Drecks Mistviecher Äh Muss da irgendwo ein Kanister sein oder nicht? Jetzt blöd Ach so Warte mal Ey, ich bin so Verpeilt Verpeilt Andere Seite ist der Kanister Na? Na da Ja, das ist er Ich bringe Besuch mit Wie fär Weh Die sind direkt in der Meeren 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 Schießt Schießt doch gefälligst Ach, jetzt schießt ihr, warum greift das Vieh euch an, schon schießt ihr, ihr seid entdeppen. Äh, K.I.S. Löwen als andere. Jetzt können wir den während des Rennens nachladen. Positiv. Oh Goh. Oh Gott... Oh Goh. Oh Gute... Renn, renn, aktion, renn. Renn... Drei, zwei, eins. Scheiße. Boah, heavy. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mitgehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polizei willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Geh her. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station. Aber die Roten sind was anderes. Die Bauern in der Norden. Wenn den richtigen Polizei starten, sollten die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Als ob ich die weggepumpt hätte. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Da rein? Da bleibst du doch niemals durch. Du Tier. Das wär's. Rein da. Denk dran. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Die Kommunisten-Schwäne. Die Kommunisten-Schwäne. Seitdem werden wir stehen. Jorge, das war die growers wie immer. Vom wollen wir auch nicht bekommen. Töne sein Feuer werener. Ä LEDs haben wir noch niemals aufgew computeelt. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst noch einen Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Noch? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Von mir aus? Aber ich bin lieber über dem Radar. Hihihi. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Das ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi läuft jetzt so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Frick! Hölle! Daunterst! Ruhe! Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände austrägen! Du bist verhaftet! Das ist gut. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Er hat... Lauf! Lauf! Ich bring ihn um! Lauf! Kommt mir nach! Lauf! Aufpassen! Hier! Ruf! Die zehn ist nicht! Eure steiger kann nicht sein! Dort! Halt, du Mistkerl! In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik, und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Rotten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zucker der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Sobald der Schulter ist, gegenüber das Unterkarnen. Sobald der Schulter besiegelt, kann auch jemanden zu haben, In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenzen zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangspielung. Medipacks, Filter, Messer, alles was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Ich glaube nicht. Abgemacht. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. So eine Schockwaffe, ey. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Abgemacht. So eine Schockwaffe. So eine Schockwaffe. Wie Sie wollen. Patronentausch. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Das ist gut. Das ist gut. Ist ok Jums, er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Atheon. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Hey, Andrej, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Aber das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubyanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Ok, aufladen! Alles ok. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Also, ob man das nicht sieht, dass da einer drinnen liegt, eben von unten. Fliegt doch direkt über Leute rüber. Fliegen, äh, tragen, wird rüber getragen. Aber Leute, sie nicht mal im Gegner umwenden. Zum Beispiel der hat wechseln, äh, wechseln. Der Typ da. Hätte wir uns sehen können. Die hätten uns auch gesehen, die da. Das ist nicht gestattet. Truppen zu sich. Äh, diese Logik. Versuche, einen Militärzug mit Gefürzen erwarten. Hup, hups. Hey. Wir werden abstaaten wegen Verratjagen. Allemann die Plätze einnennen. Ah, joi, joi. So, aber bevor die schöne Fahrt losgeht, ist folgende Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da, ob's, wenn's euch nicht gefallen hat, da halt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Metro 2033. Und tschüssi.